Lisschen Lisschen ist wieder ein Einsatz. Guten Morgen Lisschen, wie geht's? Sehr gut. Sehr gut. Urlaub ist oben, ja? Pass, leider. Jetzt werden die Rauchfänge wiedergekehrt. Stimmt das genau? Ja genau. Bestimmt, das ist die beste Werbung für Rauchfangen, gell? Okay, das passt wunderbar. Ja, an der Dona da. Herbstliche Stimmung haben wir schon an der Dona, jawoll. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, wir sind jetzt an die Ips, jawohl. Und drüben, der Simon steht da, der schaut und sucht die geheimnisvollen Sachen da. Und da drüben ist ein interessanter Tierpark mit Ziegen, Gänsen, Enten und Kitz und verschiedenen Tieren. Und hier ist es sehr romantisch und schön. Einfach hinsitzen, sich besinnen. Der Herbst ist schon da, die Blätter werden immer bunter, die Natur verändert sich mit jedem Tag jetzt. Eine schöne Zeit auf der Herbstwesten hier am Fluss.